Hallihallo und willkommen zu meinem 500 Abonnenten Special. Ich zeige euch einfach mal, da hatte ich mir so, wie ich bisher aufgenommen habe und gerendert habe und so. Also zum Aufnehmen benutze ich in der Regel Fraps, hier schon offen. Ja, das habe ich im Moment in der Version 3.2.3. Ich weiß nicht, ob es im Moment was Aktuelleres gibt, aber ich denke mir Never Touch a Running System. Also, wenn es läuft, dann läuft es, dann ändere ich daran auch nichts. Keine Ahnung, wie weit die Versionen mittlerweile sind. Hier im General Fenster hat man eigentlich nicht viel auszuwählen. Man kann Fraps minimiert starten. Man kann sagen, dass das Fenster always on top ist, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Taschenrechner habe, der ist dann immer dahinter, egal was ich habe. Normalerweise wäre der ja davor, wenn ich den angewählt habe. Wenn ich das ausschalte, klicke ich auf den Taschenrechner und der ist vor dem Fenster. Eigentlich ist es so besser, ich weiß nicht, warum ich das nie geändert habe. Also eigentlich, wenn Fraps immer oben ist und alles sich dahinter versteckt, ist das irgendwie doof. Machen wir mal so. Katze, keine Randale. Das ist meine Stativtasche. So, dann hier Run Fraps when Windows starts. Also, dass das Programm automatisch mit dem Windows hochfahren gestartet wird. Habe ich jetzt nicht drin, weil man es halt nicht immer im Hintergrund braucht, sondern nur, wenn man ein Spiel aufnehmen will. Außerdem ist es halt auch so, dass es bei Firefox und Thunderbird neuerdings auch rumspackt, dass es das quasi als Spiel ansieht und dann den gesamten Firefox-Bildschirm zum Beispiel mit aufnimmt, wenn man da auf die Aufnahmetaste kommt. So, dann haben wir hier Display Status und LCD. Das ist, glaube ich, bezogen oder müsste bezogen sein auf meine Logitech G19-Tastatur. Da habe ich nämlich, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, auch eine Anwendung für Fraps. Da wird einem im Prinzip auch nur die aktuelle FPS-Zahl genannt. Nein, ich möchte das Thema nicht ändern. Monitor Aero Desktop, ich kann nicht mehr reden. Das habe ich noch nie ausprobiert. Damit soll es wohl auch möglich sein, genau wie das, was ich jetzt hier mit Camtasia mache, den normalen Desktop aufzunehmen. Normalerweise kann Fraps hier nur Spiele aufnehmen, aber damit würde man halt den gesamten Bildschirm aufnehmen. Und dann hier Minimize to System Tray Only. Wenn ich das mache und den jetzt wegklicke, dann ist er hier unten aus der Leiste raus und ist nur noch hier im Tray da. Wenn man den Haken weglässt und den minimiert, dann hat man ihn noch hier unten in der System, also in einer Taskleiste. Ich habe es mir so angewöhnt. Ich habe alles Mögliche, was ich brauche, hier direkt angeheftet an die Leiste, dass es immer da ist. Hier zum Beispiel Thunderbird Firefox ist angeheftet. Hier mein Dingsbums, damit ich hier meinen LP-Ordner und so kriege. Ja, hier die Notizen habe ich angeheftet, den Taschenrechner habe ich angeheftet, was ich halt regelmäßig so brauche hier. Camtasia, wo es über gleich noch kommen und so weiter. Was heißt und so weiter, das war es eigentlich. So, dann weiß ich gerade gar nicht, ob ich euch das mal eben in-game zeigen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ich wüsste gerade doch, Fraps könnte ich ausprobieren. Äh, Minecraft könnte ich ausprobieren. Da gehe ich hier einfach mal auf Movies, Change, gehe dann hier in meinen Ordner rein, äh, auf der externe Festplatte, den Ordner Fraps. Da erstelle ich einen neuen, äh, Special. Habe ich hier jetzt, äh, ja. Habe ich hier jetzt den Ordner E-Fraps-Special. Kann ich mal kurz aufrufen. Computer E-Fraps. Ähm. Fraps-Special. Ist gerade noch nichts drin. Wenn ich jetzt mal Minecraft starte. Ach, ne, das kann ich gerade nicht. Naja. Wie dem auch sei, wenn ich das, eine Aufnahme starte, zeige ich euch mal kurz an einer anderen Datei. Äh, gehen wir jetzt mal in, StarCraft hat, wollte ich aufnehmen, habe ich noch nicht. Äh, was könnte ich denn mal. Hier, Minecraft mit Roti. Das ist das, was gerade im Moment, äh, auch nach und nach hochgeladen wird. Oder zum Moment dieses Battles fertig hochgeladen ist. Oder fertig hochgeladen ist. Und zwar erstellt Fraps dann viele, viele Dateien bei einer langen Aufnahme. Das sind jetzt zwei Stunden 38, 37 Dateien, 139 Gigabyte. Die sind jetzt in 720p aufgenommen. Ich bin ja jetzt mit der Qualität von 1080p auf 720p runtergegangen in Minecraft. Fraps erstellt immer sehr große Dateien. Hier können wir mal eine Datei sind, äh, die, hier. 3,9 Gigabyte, 5 Minuten. Das ist noch relativ human. Hier 6 Minuten, 5 Minuten 40. Fraps teilt das immer in 3,9 Gigabyte Dateien auf. Jede Datei ist genau 3,9 Gigabyte groß. Und dann wird eine neue angefangen. In meinen 1080p Aufnahmen hatte ich teilweise, dass noch nicht mal eine Minute pro Gigabyte, äh, gepasst hat. Also wenn ich dann in Minecraft 1080p aufgenommen habe, dann habe ich bei 3,9 Gigabyte vielleicht eine Datei gehabt mit, äh, 3,5 Minuten oder 3 Minuten oder so. Also Fraps ist halt auch immer abhängig davon, wie groß die Dateien, ja, die Größe der Dateien hängt davon ab, wie grafikaufwendig das Spiel ist. Wenn man jetzt irgendeinen High-End-Ego-Shooter hat, den man auf 1080p spielt, kann ich mir vorstellen, dass da gerade mal 1-2 Minuten auf 3,9 GB oder was passen. Oder, ja, also das ist dann, kommen wir gleich zu, wie man aus diesen ganzen Dateien ein Video macht und vor allem, wie man von den großen Dateigrößen runterkommt. Ja, so viel wäre dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Wichtig ist dann noch hier bei Fraps die Aufnahmetaste, Video Capture Hotkey. Da müsst ihr euch eine Taste suchen, die ihr im Spiel definitiv nicht braucht und wo ihr auch nicht aus Versehen drankommen könnt. Ich habe mir sagen lassen, hier zum Beispiel auf dem Nummernblock die Maltaste, also das Sternchen. Habe ich jetzt angewählt, sieht man hier jetzt nicht so sehr. Die wäre gut, weil da ist man ja beim Spielen eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt bisher, weil ich das aus Gewohnheit habe, hier die größer-kleiner-Taste, weil ich die eigentlich auch nicht brauche. Bin da aber mal bei WoW zwischendurch draufgekommen und bin jetzt am überlegen, ob ich das wechsle. Obwohl, das war auch schon seit Monaten, dass ich darüber nachdenke. Okay, egal. Veränderungen sind nicht gut, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also da müsst ihr dann eine Taste aussuchen. Es ist meistens nicht empfehlenswert, die F-Tasten zu nehmen. Ich glaube F10 ist, F9 oder F10 ist vordefiniert. Ich glaube F9. Ist aber in vielen Spielen mit irgendwelchen anderen Hotkeys belegt. Zum Beispiel bei Warcraft 3 war das damals, glaube ich, dass sich das Quest-Fenster, beziehungsweise das Ziel-Fenster öffnet, Hilfe-Fenster oder was auch immer. Bei Super Nintendo-Emulator schaltet man da irgendwelche Sounds oder irgendwelche Layer an oder aus. Ist auch nicht gut. Also sucht euch da eine Taste aus, die im Spiel gar nicht belegt ist und wo ihr auch nicht einfach so drauf kommen könnt. Hier die FPS-Zahlen könnt ihr je nachdem, was euer Rechner an Leistung bringt, hochschrauben oder runterschrauben. 30 FPS ist eigentlich normal. Ansonsten kann man es auch auf 29 nehmen oder auf 25. Viel weiter runter würde ich dann aber nicht gehen. Aber ich habe bisher eigentlich alles mit 30 FPS aufgenommen. Hier Full-Size, Half-Size. Da kann ich euch nur empfehlen, auf Full-Size zu gehen. Denn wenn ihr Half-Size macht und ihr wollt in Full-HD aufnehmen, 1080p, dann hat der aber nur 540p, weil der eben nur die Hälfte aufnimmt. Also der staucht das zusammen auf die Hälfte der Größe. Und wenn ihr keine hohe Qualität in den Videos haben wollt, ist es in Ordnung, wenn ihr in hoher Qualität spielen wollt, aber in geringer Qualität Videos machen wollt. Ich empfehle euch aber für Let's Plays die bestmögliche Qualität zu nehmen, was euer PC hergibt und dann in Full-Size aufzunehmen. Ja, hier. Record Windows 7 Sound. Das hat man nur bei Windows 7 und Windows Vista. Da würde da stehen Record Vista Sound. Bei Windows XP hat man das Ganze, soweit ich weiß, nicht. Da muss man dann über einen Stereo-Mix arbeiten, womit ich noch keine Erfahrung habe. Also ich habe bisher nur über Windows 7 aufgenommen. Da kann man dann nämlich den Windows 7 Sound, also den In-Game Sound und hier das Mikrofon, müsst ihr darauf achten, dass hier auch das Richtige angezeigt wird. Kann man zusammen aufnehmen und dann läuft das Ganze. Ja, hier immer Stereo, weil Multichannel wird von YouTube sowieso nicht unterstützt und kann sogar Renderprobleme geben und so weiter und so fort. Da habe ich im Let's Play Forum schon vieles gelesen, dass irgendwelche Probleme auftauchen. Wurde dann gesagt, stell mal von Multichannel auf Stereo um und dann hat es funktioniert. Hier unten haben wir noch Lock Framerate. Das habe ich jetzt mal nicht an, weil eben wenn das Spiel wenig Leistung braucht und viele Ressourcen zur Verfügung stehen, dann hat man halt eine höhere Framerate. Wenn man nur, also wenn das Spiel mehr Leistung zieht, geht die Framerate halt ein bisschen runter. Ich weiß nicht, inwiefern das Locken von der Framerate, also das Festhalten auf einer bestimmten Framerate von Vorteil ist, aber naja. Muss halt jeder selber wissen, ob ihr da mit der Funktion was anfangen könnt. Ist nicht wirklich. Don't Sync Audio und Video habe ich bisher noch nie angeschaltet, weil das würde ja bedeuten, rein theoretisch, dass das Video asynchron wird. Ich habe mir sagen lassen, wenn Fraps asynchron aufnimmt, könnte das Aktivieren dieser Funktion das Ganze verhindern, dass es dann nicht asynchron wird und wieder synchron ist. Aber wie gesagt, das sind auch nur Gerüche, die ich gehört habe. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hide Mouse Cursor in Video ist von Spiel zu Spiel zu entscheiden. Also es gibt Spiele, da sieht man den Mouse Cursor, was dann sehr unangenehm ist. Da sollte man dann hier darauf achten, dass der versteckt wird. Es gibt aber Spiele, da braucht man den Mouse Cursor in-game. Und wenn der dann nicht angezeigt wird, dann ist das zum Zuschauen ein bisschen ärgerlich. Das sehe ich oft bei Minecraft, dass da irgendwas gemacht wird und der Mouse Cursor ausgeblendet ist und man dann eben nicht sieht, was der mit der Maus macht. So im Inventarmenü und so. Und hier Force lossless RGB Capture. Das ist nur ratsam, wenn man gewisse bestimmte Rendertechniken verwendet und da dann auch auf RGB geht. Dann spart man sich einen Farbumwandlungsprozess und so. Das geht dann aber schon tiefer in die Materie ein. Dann sind wir hiermit auch durch. Die Screenshots, die sind eigentlich fürs Let's Playen, fürs Aufnehmen nicht wirklich wichtig. Die habe ich mir jetzt auch irgendwo auf dem Numpad, auf der 10er Tastatur gelegt. Weiß auch gerade nicht wo. Da könnt ihr dann auch den Speicherort definieren. Wichtig wäre noch zu den Videos. In der Regel ist es nicht empfehlenswert, diesen Videoordner auf Festplatte C zu bringen. Weil da eben Windows drauf liegt und, äh, ja, das könnte zu Lags führen. Wenn man einen super mega high-end Rechner hat mit einer super mega high-end schnellen Festplatte, kann es gut gehen. Aber in den meisten Fällen führt das zu Lags. Ich habe es damals gehabt, äh, als ich mit meinen Minecraft-Videos angefangen habe. Ich habe erst in, äh, keine Ahnung welche Auflösung aufgenommen. Da hat alles wunderbar funktioniert, auf Festplatte C aufnehmen. Habe dann angefangen, äh, in 1600 mal 900 aufzunehmen und das hinterher in 1080p hochzurendern. Und da fing es dann an, dass es eben, äh, andauernd geleckt hat, obwohl mein Rechner die Leistung erbringt. Es lag einfach nur daran, dass eben die Festplatte zu langsam schreibt, wenn Windows nebenbei drauf ist und der da, äh, die richtigen Daten lesen und schreiben muss. Also passt da auf, dass ihr da, da auf einer anderen Festplatte die Videos abspeichert, wenn möglich. Wenn ihr keine andere Festplatte habt, müsst ihr gucken, ob es lagfrei läuft auf Platte C, aber meistens, äh, ist das eher ungünstig. So, wie gesagt, Screenshots sind fürs Let's Playen relativ irrelevant. Kann man hier sagen, in welchem Format die abgespeichert werden, welchen Hotkey man liegt, äh, setzt. Hier Include Frame Rate Overlay, das hatte ich noch gar nicht gezeigt. Hier FPS habe ich komplett übersprungen, kommen wir gleich noch zu. Das sind immer die lustigen Zahlen, die am Rand sind, die im Video eigentlich nicht zu sehen sind, normalerweise. Und wenn man das anschaltet, dann ist die FPS Zahl im Video, äh, im Screenshot zu sehen. Ist eigentlich relativ schwachsinnig. Und jetzt kann man hier noch anwählen, dass, wenn man jetzt einmal die Screenshot-Taste drückt, dass er dann alle paar Sekunden ein Screenshot macht, bis man die Taste nochmal drückt. Also im Prinzip, äh, ja, permanente Screenshots, wer es braucht, kann man eventuell für irgendwelche Trailer oder Diashows benutzen, muss man aber nicht. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, FPS. Äh, da kann man hier Benchmarks machen, mit denen ich mich noch gar nicht beschäftigt habe. Also mit Benchmarks kann man halt die Leistungsfähigkeit des PCs auslesen, inwiefern Fraps da was ausliest oder Daten angibt, habe ich noch nicht angetestet. Muss man dann, müsste man da mal gucken. Äh, hier kann man sagen, was in einem Benchmark, äh, sein soll, die FPS, Frametimes, Minimum, Maximum und Durchschnitt. Äh, und dann, ob der Benchmark automatisch nach einer bestimmten Zeit gestoppt werden soll. So, das ist das Benchmarking. Dann kommen wir hier zu den, äh, FPS. Hat man hier den Overlay-Hotkey, in wel-, das heißt, äh, wenn ich die F12-Taste drücke, springt die Dingsbums in eine andere Ecke oder verschwindet. Könnte man dann gucken, in welcher Ecke das am besten kommt mit den, ähm, Dingsbums. Ich würde euch empfehlen, die FPS-Zahl immer eingeblendet zu lassen, wenn ihr aufnehmt. Dann seht ihr nämlich, wenn die Zahl, hier, so sieht die dann aus, in dem Fall, wenn es 99 Frames pro Sekunde wären. Wenn die Zahl gelb ist, nehmt ihr nicht auf. Wenn sie rot ist, nehmt ihr auf. So könnt ihr dann immer überprüfen, ob ihr gerade aufnehmt, wenn die Zahl noch rot ist. Nicht, dass die Aufnahme dann irgendwann abgebrochen wird und ihr eine Stunde weiter labert. Das wäre ungünstig. Ja, hier könnt ihr dann noch den Benchmark-Ordner festlegen, wo dann die Daten abgespeichert werden vom Benchmark. Und dann war's das auch mit dem Aufnehmen. Man könnte noch hier mit, äh, Camtasia, äh, Dingsbums hier, Screen Capture aufnehmen. Was ich im Moment mache, ist aber wirklich nur für Desktop-Aufnahmen gedacht, nicht für Spiele. Das ist dann hier, wenn man Camtasia hat, äh, Bildschirm aufnehmen. Und da könnte man dann hier direkt den ganzen Bildschirm mit Camtasia aufnehmen. Wenn ich jetzt hier die Aufnahme beenden würde, dann würde ich auch direkt in den Editor kommen und die Datei wäre da. Vorteil ist halt, dass Audio und, also das Mikrofon und der System-Audio in zwei verschiedenen Tonspuren aufgeteilt ist. So, dass man da, ähm, ja, die Lautstärken separat regeln kann. Wenn ihr ein Spiel habt, was man relativ gut damit aufnehmen kann, mit diesem Camtasia Capture, dann könnt ihr das machen. Wie gesagt, habt ihr zwei verschiedene Tonspuren. Aber mir ist Camtasia beim, äh, Super Nintendo-Emulator ein paar Mal zum Ende der Aufnahme abgeschmiert. Also wenn ich auf Stopp gedrückt hab, hieß es dann, Camtasia reagiert nicht mehr, Aufnahme im Arsch. Seitdem benutze ich Camtasia nicht mehr zum, zum, zum Spieleaufnehmen. Gut, das war jetzt auch schon 19 Minuten Gelaber. Kann sein, dass ich am Anfang ein bisschen was rausschneide, mal gucken. Und dann kommen wir auch schon zum Rendern, also zum Bearbeiten, Schneiden und dann Rendern. Wir haben unseren Aufnahmeordner, der hier. Ähm, ich nehme mir jetzt hier einfach mal, blind, äh, nehme ich mal den Anfang weg. Zieht ihr einfach so eine Datei in die Timeline, dann wird euch hier angezeigt, Bearbeitungsabmessung. Da, ähm, wird euch hier automatisch eine angegeben. Ich mache aber in der Regel immer hier auf, äh, Aufnahmeformate, weil er das dann in derselben Auflösung macht, wie, äh, das aufgenommen wurde. Ihr könnt das auch hier auf die automatische lassen und dann hinterher in den Rendereinstellungen das Ganze, äh, ändern. Allerdings gibt es auch Formate, wo dann, äh, in den Rendereinstellungen, äh, das Aufnahmeformat, äh, dass, das, äh, Bearbeitungs-, die Bearbeitungsabmessung automatisch übernommen werden. Und wenn ihr dann hier nur so was Niedriges nehmt, das wäre jetzt, äh, 320p, äh, 340p, Entschuldigung, äh, das wäre dann so ein bisschen, ein bisschen, naja, nicht ganz das, was man will, wenn man hochqualitative Videos bringt. Also von daher nehme ich immer Aufnahmeformate, also hier da, wo hinterher Aufnahmeformate dran steht, ist in dem Fall 1280 mal eigentlich 720. Eigentlich. Naja. Und dann nehmt ihr die nächste Datei und die nächste Datei. Das wären jetzt 16 Minuten 49. Ihr müsst dann halt immer mal gucken, wenn ihr, äh, eure Let's Plays so aufnehmt, dass ihr eine Stunde am Stück aufnehmt und die dann zurechtschneidet, äh, müsst ihr dann gucken, wo ihr den Schnitt setzt. Ansonsten, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr die Zuschauer zu Beginn des Parts begrüßt und zum Ende des Parts verabschiedet, dann müsst ihr ja nur von Anfang bis Ende der Aufnahme die hier reinziehen. Und dann haben wir das hier. Ich kann da mal eben reingucken. Da der Anfang. Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Gamer. Das mache ich sowohl ein Commodore-Rautor wie dabei als auch ein Gassen. Ja, das war jetzt so ein bisschen von der Starcraft, äh, von der Minecraft-Aufnahme. Da solltet ihr dann auch immer gucken, hier, da seht ihr die Schnittstelle zwischen den zwei Fraps-Dateien. Es ist mir schon mal passiert, dass ich da, äh, irgendwie einen Fehler drin habe und da falsche Dateien oder, oder, dass ich da in der Reihe verrutscht bin. Solltet ihr immer mal darauf achten, dass ihr kurz vor dem Schnitt ansetzt, abspielt und drauf achtet, wenn der hier über den Schnitt drüber ist, jetzt ist es in der nächsten Datei, dass ihr da nicht die falsche Datei erwischt. Dass das Ganze dann, äh, flüssig ist. Nicht, dass ihr dann auf einmal eine halbe Stunde zu früh oder zu spät seid und, und, weil ihr da die falsche Fraps-Datei reingezogen habt. Dann kontrolliert man das beim nächsten Schnitt auch nochmal kurz. Klick. Ich mache mir hier mal meinen Computer stumm, damit das nicht stört. So, ihr habt gesehen, das ist auch, äh, allem dann frei. Dann müsstet ihr hier am Ende noch gucken, was ich jetzt nicht gucke, ob ihr da irgendwie mitten im Wort abgeschnitten seid oder was. Wie gesagt, wenn ihr so wie ich am Stück aufnehmt, äh, ich achte da meistens leider nicht drauf. Ich schneide dann einfach so, wie die Dateien kommen. Dann könnt ihr natürlich auch noch das gesamte Video hier angucken. Einfach auf Play drücken und dann, bis das Video durchläuft und dann zum Beispiel hier, ach, da habe ich ja was Lustiges gesagt, dann mache ich da einfach mal eine kleine Anmerkung dazu, äh, in Form von einer Sprechblase und sage, hihihihi, äh, hihihihi, färbe das Ganze dann grün ein und dann ist da die Sprechblase drin. Kann ich noch im Kurs abspielen. Ton ist ja noch stumm, also nicht wundern, dass da im Video nichts kommt. Und jetzt kommt da die Sprechblase mit hihihihi. Und so füge ich dann immer meine kleinen Bemerkungen da ein. Nebenbei, ich lösche das Ganze mal eben. Ich verwende hier für meine kleinen Textfenster immer das, äh, den Call, das sind übrigens hier Callouts, Entschuldigung, habe ich gar nicht gesagt. Auf Callouts gehen, dann hat man hier diese, diese Dinger. Ich verwende immer hier, je nachdem, wie groß das werden soll, äh, hier dieses mit abgerundeten Ecken, dieses Rechteck und hier diesen Orangeton. Das ist eigentlich in allen meinen Videos meine Textbox. und dann Mike Gamer ist doof. Würde dann so in dem Minecraft-Part stehen. Steht natürlich nicht, weil der Part schon längst hochgeladen ist. Ähm, ja, das war's im Großen und Ganzen. Äh, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, dass eine Stelle besonders laut ist, äh, geht hier, hier auf mehr, geht auf Audio, setzt euch dann da einen Schnittpunkt, also hier da teilen, teilt ihr den Clip einfach in der, an der Stelle auf, geht dann dahin, wo die laute Stelle aufhört, setzt da nochmal einen Schnitt und dann könnt ihr diese laute Stelle runterdrehen. Dann wird diese Stelle leiser. Dementsprechend könnt ihr auch alle anderen Sachen hochschrauben, wenn die lauter sein sollen. Wenn ihr die Geschwindigkeit verändern wollt, wenn ihr zum Beispiel ein Part zu langsam ist und ihr den schneller haben wollt, müsst ihr auch am Anfang und am Ende von diesem Abschnitt einen Schnitt machen. Ich nehme einfach mal den hier, den Abschnitt. Geht ihr auf mehr und geht auf, geht nicht auf mehr. Ihr macht hier einen Rechtsklick drauf und bin ich jetzt, wo war das denn jetzt mit der Clip-Geschwindigkeit? Ach hier, nicht auf Audio gehen, sondern oben auf Video. Dann habt ihr hier Clip-Geschwindigkeit. ist in Prozent. 100% ist die normale Geschwindigkeit. Wenn ihr jetzt 150% macht, ist es anderthalbmal so schnell. Wenn ihr 200% macht, ist es doppelt so schnell. Ihr müsst aber immer darauf achten, wenn das jetzt ein Part ist, wo ihr redet, dann, je schneller das wird, desto schwerer ist es, dass man euch versteht. Also bei 200% muss man, muss man schon ganz genau hinhören, um überhaupt noch zu verstehen, was derjenige sagt bei doppelter Geschwindigkeit. Dementsprechend könnt ihr natürlich auch eine Slow Motion mit einbauen, eine Zeitlupe. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel sagt, 30%, dann ist das circa ein Drittel, beziehungsweise 33% wäre ein Drittel der Geschwindigkeit. Mache ich jetzt mal, es wird mir hier noch gesagt, dass die Clip-Geschwindigkeit erst nach der Produktion sichtbar wird. Also nicht hier in der Vorschau, sondern nur im fertig gerenderten Video. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht sehen, wie der Zeitlupeneffekt aussieht. Aber ihr seht hier, da ist so ein blauer Balken mit drin. Das heißt, da ist die Geschwindigkeit verändert. So. Das war es jetzt eigentlich. Übergangseffekte könnt ihr auch einbauen. Übergangseffekte könnt ihr auch einbauen. Entschuldigung, da muss ich gerade ein Aufstoßen unterdrücken. Übergangseffekte könnt ihr einbauen, wenn ihr hier zum Beispiel ein Kippen haben wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Videos aneinander schneidet und das nicht einfach so klack, klack, ein Video aufs nächste kommen soll, könnt ihr hier einen Übergang reinsetzen. Hier sind übrigens die einzelnen Clips aus der Timeline. Das hier ist das, was ich separat rausgeschnitten habe. Gehen wir dann wieder raus aus den Übergangseffekten. Hier mit den beiden Tasten könnt ihr weiter reinzoomen in die Timeline. Und dann haben wir hier den Übergangseffekt. Den gucken wir uns mal eben an. Da ist das Video. Das hört jetzt auf. Genau jetzt haben wir hier den Kipp-Effekt. Und da fängt dann das nächste Video an. Seht man jetzt keinen großen Unterschied, aber das wäre dann halt der andere Clip. Gut. Das wäre das jetzt soweit. Dann könnt ihr noch Cursor-Effekte einblenden. Das wäre jetzt gut. In dem Fall geht das scheinbar nicht, weil da keine Cursor-Daten drin sind. Das wäre jetzt hier bei meiner Camtasia-Aufnahme, die ich gerade habe, den Mauszeiger, den ihr seht. Da könnte ich jetzt den Mauszeiger ausblenden. Dann wäre er weg. Könnte den markieren. Dann ist hier so ein Ding drumrum. Könnte dann einen Effekt einbauen. So würde es dann aussehen, wenn ich einen Klick mache. Könnte hier so eine Welle machen, wenn ich einen Rechtsklick mache. Könnte sogar noch einen Soundeffekt für jeden Klick einfügen. und wie gesagt, hat jetzt hier keinen Einfluss drauf, weil eben da keine Cursor-Daten von Traps gespeichert werden. Dann kommen wir zum Rendern. Ich habe mir da schon so ein paar Projekte, also ein paar fertige Sachen gemacht. Hier, Digicam ist ein Profil, was ich eigentlich löschen kann, weil die Digicam von meinem Vater, dafür war das ausgelegt, die ist kaputt. Da habe ich mir ein spezielles Profil für erstellt, mit eigenen Renderdaten. Hier, Blog, CD, DVD-kompatibel, HD, Internet, iPhone, iPod und Benutzer definiert und Profil hinzufügen bearbeiten und die beiden hier unten, die sind von vornherein da. Separat erstellt habe ich mir 1080p HD für meine Minecraft-Videos, 720p MP4, weil ich eigentlich alles in 720p rendere, da nehme ich meistens das Profil und hier SC1. Das habe ich mir gemacht für meine StarCraft-Videos, weil ich die ja doppelt rendern muss, wegen diesen Hintergrundbildern. Das geht mit Camtasia nur mit einem kleinen Trick, den ich jetzt aber auch nicht unbedingt in das Tutorial reintun will. Was zu sagen wäre, wenn ihr ja wenn ihr hier Internet nehmt, dann nehmt er zum Beispiel Bearbeitungsabmessung und da ist es dann wichtig, dass ihr als Bearbeitungsabmessung hier eine vernünftige Dateigröße, also eine Abmessung nimmt, eine Auflösung und nicht irgendwie eine automatisch gewählte kleine Auflösung, sondern wie gesagt die Aufnahmeformate am besten, weil er sonst, ups, jetzt habe ich Enter gedrückt, weil er sonst hier halt nur die kleine Auflösung nehmen würde und das dann in der schlechten Qualität drüber kommen würde. Ja, dann wählt ihr hier, ich nehme mal jetzt hier mein 720p-Profil, geht dann auf Weiter, sage ich hier, in welchem Ordner der gespeichert wird, da habe ich hier auf meinem Desktop den LP-Ordner, der im Moment nicht vorhanden ist, weil ich den erstmal weggetan habe, weil ich meinen Desktop aufgeräumt habe, da muss ich noch diverse Sachen löschen, muss mal wieder aufräumen und dann hier in LP fertig gerendert. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie mein LP-Ordner im Moment aussieht, das wäre der da, da sind noch diverse Brutal Mario Aufnahmen, die eigentlich gelöscht werden können, hier ein Bucket Tutorial, hier sind noch andere Camtasia Aufnahmen von Tutorials, hier habe ich mal mit einem anderen Videorenderprogramm experimentiert experimentiert und was erstellt und das hier sind Dateien von Outer City, womit ich nur mein Mikrofon aufgenommen habe. Dann habe ich hier Aufnahme, da war jetzt auch noch was von Brutal Mario, was ich mit Camtasia wie gesagt mal aufgenommen habe, wo mir das aber ab und zu abgeschmiert ist und fertig gerendert sind eigentlich alle gerenderten Videos. Müsste ich auch mal wieder aufräumen, da ist diverses dabei, hier Brutal Mario ist ja komplett fertig hochgeladen. In Camcorder ist dann glaube ich der eine Vlog drin gewesen. Hier Dazzle war glaube ich eine Testaufnahme. Franz, das war hier das Video, wo ich Franz RWA und Laurenz vom Minecraft-Server geblockt habe. Das war hier das eine Video, was ich über German Let's Play hochgeladen habe auf Mikes Welt bezüglich seiner Homepage und so weiter und so weiter und so fort. Also da muss ich jetzt nicht alles durchgehen. Hier in Minecraft, wo ist Minecraft? Minecraft. Da habe ich jetzt alle möglichen Minecraft-Parts drin. In StarCraft dementsprechend die StarCraft-Parts. Ist eine ganze Menge. Und ja. Das ist dann so mein fertig gerendert Ordner. Dann habe ich hier eine ganze Menge Grafiken. Eigentlich lösche ich nie Grafiken, weil ich mir immer denke, die kann man wiederverwenden. Hier, das war für mein Bomberman Ankündigungsvideo, wo ich in einer Nacht ein halbes Let's Play hochgeladen habe, nachträglich hochgeladen, was vorher nur bei Roti war, das Together. Dann hier habe ich mein aktuelles Desktop-Hintergrundbild, gerade eben erst erstellt. Dann haben wir hier das Ding als GIMP-Projekt-File. Beziehungsweise ist es ja eigentlich relativ sinnfrei hier. Video-Background habe ich die Hintergrundbilder für meine Let's Plays für Super Nintendo und für StarCraft. Ja, hier für einen Kanal, das sollte eigentlich mal ein Kanaldesign werden, sollte mal werden. Habe ich aber keinen großen Nerv zu gehabt, dran zu arbeiten. Äh, ja. Egal. So, wenn ich jetzt, also, da bin ich gerade total vom Thema abgewichen. Wir waren hier beim, äh, beim Video-Rendern. Also hier den Ordner auswählen. Wenn ich jetzt auf Fertigstellen drücke, würde er anfangen zu rendern. Und hier, das sollte ich mal rausnehmen, äh, Video-Nach-Produktion wiedergeben, weil das nervt mich manchmal ein bisschen, dass er das gleich abspielt. Braucht man eigentlich auch gar nicht. Und dann hat man hinterher eine solche Datei, äh, ne, jetzt habe ich den wieder zugemacht, egal. Hat man hinterher eine, oder gucke ich nochmal rein, eine MP4-Datei, die dann in etwa, mhm, wo war Minecraft? Da. Die dann in etwa so aussieht. Also so ist jetzt der gesamte Ordner. Das würde ich jetzt hier auch direkt öffnen können. Äh, lassen wir mal. Würde ich hier direkt die HTML-Datei öffnen können, obwohl, was soll, der Guides, zeige ich euch mal eben. Kann ich die hier so reinziehen? Wahrscheinlich. Kann ich die hier so reinziehen? Ja. Würde der das gleich so öffnen, hat einen eigenen Flash Player, das sind halt hier die ganzen Dateien, da, das, 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 das. Hier diese MP4-Datei ist das eigentliche Video. Das könnt ihr dann auch mit VLC oder Windows Media Player oder was auch immer öffnen. Und das ist dann die Datei, die auch hinterher auf YouTube hochgeladen wird. Das ist jetzt ein komplettes Video, was vorher mit Fraps in vielen, vielen kleinen Dateien aufgeteilt war. Das waren jetzt 14,1 Minuten. Naja. So, das war's jetzt im Prinzip auch mit dem Tutorial, wie ich aufnehme und rendere. Es kann sein, dass ich demnächst mein Renderprogramm wechsle, aber bisher habe ich seit Anfang meiner Let's Play Karriere mit Fraps aufgenommen und mit Camtasia gerendert. Bis auf diverse Experimente zwischendurch. Gut, das war das jetzt. Dann kann ich eigentlich mich wieder von euch verabschieden. Das war jetzt auch über eine halbe Stunde Videomaterial. Ich werde das Ganze dann noch ja, allzu viel zu bearbeiten ist oder nicht. Ich werde das Ganze dann durchrendern, warten, bis ich meine 500 Abonnenten voll habe. Heute am 25.08. habe ich ja noch keine 500 voll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play, beim nächsten Vlog oder Meinungsvideo oder im nächsten Tutorial wieder. Ich sage bis dahin und tschüss, euer Mike Gamer. Ich sage bis dahin, 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 Vielen Dank.